hallo 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 und willkommen zu mario bros ja stimmt du hast jetzt aber nichts gedrückt oder das ist die vorschau das muss die vorschau sein ja ich drücke gar nichts so gut bin ich nicht es insofern kann ich das game by advance spiele war das mit einem anderen spiel dabei oder war das wirklich eigenständig in einem spiel dabei ja genau du bist denke ich aktiv ich bin spieler 2- ach so das ist aber okay gut dann fangen wir mal an mit game a ja was ist der unterschied schwere ich jetzt gerade so man kann ja das war verschwenden wir blockieren uns deswegen ja wir können nicht durcheinander durchgehen er kann aber durch den screen gehen ja aber was merkwürdiges ich kann nicht ich kann nicht um die kurve laufen du hast du nicht getötet okay naja wir sind ja nicht mario ja auch fuck du kannst dich oben drauf das wollte ich auch nicht ich habe ja zwei getötet weil ihr schon zwei erledigt hatte eigentlich auch pass auf das grüne tötet ja das wenn man so lange braucht kommen sie so dinger unsere leben haben die köpfe da oben ich kann nur senkrecht hüpfen ja man muss bewegen also du musst quasi schon laufen und dann springen also ist blöd ja ja wie denn wenn ich nicht hochkomme hier ja da steht er wieder du hast das intro ding nicht angeschaut das ist aber auch eine steuerung alter geworden ja wie bist du weiter nach rechts gelaufen komisch wie man stoppt bleibt nicht ins verstehen ich glaube ich sollte ich sollte das kreuz links benutzen du bist schon verreckt alter ist das der scheiße ernst ja wir hatten zwei leben denn es ich habe zwei verlohn und ist eins verloren das passiert das macht direkt nichts ich tue immer noch mal mein gott alter ewig okay ganz gar nicht ganz zurück hat mal wo hattest du noch zwei leben ich glaube das findest du gar nicht mehr als wir beide ich existiere immerhin aber wir wollen bis dahin der letzten wir wollen bald hier kommen weil bis zur der jahre richtigen werde kommt ist aber wenn ich ja mal hilfe die ganze zeit das mal ja ja okay da müssen wir besser spielen sonst weil ich möchte halt weit kommen ja bis zu dem weitesten punkt wo es sinn ergibt ja und da bin ich nicht er wird so spielen dann sind wir keine ahnung wahrscheinlich nach fünf level komplett ja das ist ja das was ich will ich habe doch keinen bock 5000 jahre hier zu sitzen das wollen wir doch nicht die münzen verpasst eine fehlt uns noch wir kriegen vielleicht ein leben der blog ist total im weg also was mich wollen dass das ist das gar nicht in der variante okay die variante dich ja du solltest vielleicht nicht mit mir springen soll nein 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 ich würde umzingelt ich weiß nicht ob das problem ist gibt es schnelleres zurück aber ich bin ich weiß gar nicht wieso naja wer hat mir wieder ein leben bekommt eigentlich aber nein nein das hätte ich jetzt völlig so bin ich ja da oben mann ja kommen wenn das komisch verschiedene zeitlauf es gibt ja das hat hallo ich habe doch dagegen gehalten also ich weiß nicht ob die rutschiger ist aber meine rutsche in dem spiel hat viel mehr du musst besser planen du darfst das nicht so eng machen das darfst du einfach nicht ja super bremsen hier ist das super bremsen ist das super bremsen du kannst das nicht du kannst in der luft die niemals steuern ist schon bewusst ich benutze steuerkreuz das ist viel einfach ach so ja das wäre glaube ich wirklich sinnvoll das wirkt ein bisschen einfach ich wusste nicht dass da was ist das sollte war schon im tod ja okay versuch abzuhauen ich habe gesagt versuch abzuhauen er ist vorhin auch über mich rüber ich kann ich habe ich jetzt habe ich auf dich geschaut kann ich schneller passt schon ich komme gerade so durch der geht durch die röhre als ich sterbe nicht ja ich habe ich habe wieder auf dich eigentlich kann man hier wo ich gerade bin immer stehen oder ich denke obwohl ich glaube ja hat er geht bis nach so platz da einfach genau da noch einer ich wüsste weg den erwischt die hohen töten aber erst wenn der antrag gebracht ist okay jetzt wirst du gejagt der du kannst du musst laufen immer hier ist das angestellt dass du mich das so richtig voll die andere richtung so jetzt kann es noch auf suchen ja das ist gut nein ist es nicht der mehr wert eigentlich die upgrade ich habe keine ahnung ob das ein punkt der veränderung macht das mir auch ziemlich wurscht ja der letzte ist immer dass der letzte rastet aus das stimmt da muss man jetzt zweimal treffen okay du weißt dass da was grünes kommt ich habe gesagt du weißt dass da was grünes kommt so langsam fällt er dann doch kommen da nicht mehr raus mann ich bin total ich weiß nicht du hast vor das war ja der grünes erschienen genau erster hit zweiter hit mein gott einen neuen pop noch der variante die ich gesehen habe da hatte jeder gegner introduction aber anscheinend ist das hier nicht der fall das war ja das war ja auch eine quasi gewinnete variante ich möchte auch nicht lange brauchen ich bitte eigentlich auch schnell durch also komm ich habe eigentlich damit gerechnet dass wir jetzt sechs stunden spielen das ist ein altes spiel was darauf passiert dass du ewig viel stirbst deswegen schieben wir das ist meine logik ja das ist ein altes spiel was darauf passiert dass du ewig viel stirbst deswegen schieben wir das ist meine logik ja ich weiß jetzt nicht warum du dich jetzt entschieden hast so zu laufen dass du mich aufhältst aber ja ich habe ihn eigentlich von unten erwischen ja okay schön aber das wollte ich halt auch das laserbeam der gegner ist kein laserbeam oder was meinst du ja doch die laser zerstörte schau mal der hintergrund ändert ja genau deswegen macht effekte es passieren dinge was zur hölle da kommt ein mario raus das ist kein mario das sind glaube ich eher so nein ja ist mir klar ich wollte eigentlich die plattform treffen aber so ich habe noch einen zack ich bleibe jetzt mal hier oben ist am einfachsten ich glaube ich strickte nicht ich wollte gar nicht runterfallen nein jetzt ist er wieder ich bin hier gar nicht hin das ist nur los 8 und def ball ja dort ja das ist aber nicht ungefähr kann das sein oder ich dachte es ist auf gegner gar ziemlich damals waren marion lebt sie noch gleich dick und gleich groß naja du bist ja der grüne mario aber ich heiße sogar schon dieses stand ja so also dahingehend respekt ich glaube ich schaff's noch hilfe nein armin okay das war das war ja stimmt gut das wurde gefallen okay können dir wunderbar shit 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 okay du hast okay ich dachte du hast ihn aber du hast ich habe gerade rüber geholfen war ganz geplant dass die münze eingesammelt ja wer soll denn das immer genau in dem moment will ich so einen sprung machen will es war so ein scheiß tricks feuerball sich echt nicht ein warum ist denn jetzt auf der seite hält das werde ja es kann es sein dass darauf ankommt wo ich näher dran bin vielleicht 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 bleib hier oben geh ganz hoch okay dann bleibt so das ist echt ein bisschen schwer das hinzukriegen dass es genau hoch springt es sollte aber nicht konstant sein normalerweise ist jetzt nur hier in dem das leben mehr als ja vielleicht kriegst du ja auch als kein bonus wir haben nicht alles gekriegt das ist recht ähnlich wie auf dem ja das ist ja auch das original ja aber ich glaube nicht dass die version dann schon so viel verbessert wenn wir die pflege das war unvorhersehbar was ist mit der passiert sie wurde aggressiv erwarte okay dann warte ich noch ein bisschen bis ich den gegner töte was ist das für eine batterie der fried den boden ein der fried den boden ein also wenn du ihn nicht rechtzeitig zerstörst dann wird der boden zu eis ich habe ihn erledigt ich werde dir die schild heute ich werde es beide ja schaffmann weißt dann oh mein gosh ah lass mich bitte in ruhe ja ach und er wird schneller der blog ist doch ein sicherer hafen oder nicht drauf könnte sich ihre plattform ich meine ja ich bin gestorben ich weiß nicht ob du mein leben machen was dann wieder am leben vor dem sind die folgen ich würde gerne ein gegner töten ja okay aber ich hätte gerne den anderen irgendwie der dritten habe ich aber nicht erwischt okay warte jetzt ja ich hatte nur keine augen und ja du hast mich getroffen du kannst das auch auf mich machen ja ist dir schon bewusst oder jetzt weiß zu sagen kann sich auch gegenseitig manipulieren das aber in der weise was für ein spiel das ist vielleicht nicht optimal ich dachte ich hätte irgendwie getroffen aber auch mein gott und okay ich lebe noch du hast teils verloren jetzt habe ich das passt aber nicht erwischt ja geh doch einfach nach rechts durch ja okay das ist ja jetzt eine plattform vergisst nicht du musst nicht den direkten weg gehen sondern direkt soll der direkten weg das der gipfel sind aber nicht noch einer das geht ja das geht so nicht der ist gerade aufgestanden etwas ungünstig ist lauf sofort wo ist die feuerblumen ich konnte es gibt keine feuerblume ja ich bin verreckt so ich dachte eigentlich ich wäre in der lage okay ja konnte ich dort schon das gemacht dass es geht weil deutschen kann man tötest du ja weil der hat auch leben vielleicht kann ich sogar zweimal aber es ist nicht so wahrscheinlich ist wahrscheinlich einfach wenn darüber gehen ja richtiger moment gut jetzt habe ich ja wieder hoch ich sag ich das wieder probieren hier ich habe einen red und gekillt und das bringst du noch mal nah hin und sprichst du dir noch mal okay okay ich war gar nichts mehr gerade den kann ich töten habe level ende wer hätte gedacht dass wir so weit kommen ich glaube ich bin beim ersten mal nicht bis in die zwölfte phase kommen wir so zwei oder drei ja weil das spiel auch nicht leicht ist so 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 ja genau okay dann geht gleich wieder davon weg ja wenn du ihn schade das finde ich ganz ehrlich so als ein pixel ich habe eine feuerblume da gibt es nicht ein obergeschoss gelandet okay okay das hat es beide abgestoßen das ist okay weiter geht hier lang oder auch wartet er bleibt jetzt bestimmt hier ich habe uns beide exakt abgestoßen eine schlechte sekunde seite ist ja okay das geht wieso bin ich tot ja ich habe nicht geguckt was bei dir war du hast mich ja gerade ein stück rüber geschoben ich war noch auf dem rechten bildschirm an axi okay speichert das mal ab ich habe gewischt level ende scheinbar ich erinnere mich mal welches level erreichen müssen was wird sich was ich dachte 20 oder so 20 glaube ich was nicht jetzt los okay geh hoch du hast mich ja umgelegt habe ich ja auch noch ausgekannt egal glücklicherweise haben wir ja unendlich leben er wird das ja gut das ist irgendwie meins hat da kann man selbst sparen zeitige sonne im kopf wie oft hast du denn diesen modus auf der schrift schon probiert gar nicht nicht viel ja ich wollte ihn eigentlich töten ja ich war da ein bisschen runter gegangen so ein geblieben hätte ich ihn geduldet und ja achtung letzter gegner shit death ball okay es läuft besser als ich dachte die phasen sind wesentlich einfacher als ich dachte okay jetzt wäre ich beinahe also hole in dir da hast du recht ich kann gar nichts dafür siehst er kommt zu dir was blödes ich habe den eisen ich habe das ding gerade getauscht ohne es zu sehen du hast es anscheinend auch nicht gesehen habe ich das wort ich habe den typ erwischt ich habe das eis jetzt aber nicht scheiße das eis kannst du nicht so okay habe ich ja noch eine chance habe ich ja so da bin ich hoffe na ja danke ja das eis musste weg das ist ja wohl auch als sinnvoller ein oder nicht jetzt sind wir nicht mehr schnell genug so nein auf mich zu blockieren ich habe dich da gar nicht mehr blockiert ist ja wieso lande ich denn nicht auf dem paublock willst du mir sagen das ist doch so falsch springe hier ja jetzt hast du ihn wieder hochgetan wieso bist du denn gejammt du wolltest den paublock lassen was was lauf 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 ich halte schon die ganze zeit gedrückt während du resetest okay ich halte gedrückt siehst du das ja was zur hölle hast du richtungsgewechselt in dem moment oder was keine ahnung ja irgendwie sowas musst du ja geh halt weg mann ich bin grad nach rechts aber da noch nicht da du mich geschoben hast da hat er nicht gedreht ram mich also ja nicht wenn du willst dass ich weglaufe lauf so so ist das für die andere ge ah ich kann auf dem pauch an der ich weiß nicht wie lange okay gerade so ja gerade so wenn du richtig kannst du weil es macht unterschied ob man direkt unter denen ist oder links oder rechts von denen ich habe den eisblock wenigstens vernichtet ich bin ja dann springt diesmal nein 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 sei doch nicht so schnell auf einmal ja da heißt doch dass der letzte ist oder dass er sich aufgefallen und nicht das ist so bescheuert der wird nämlich auch von münzen und habe ich denn irgendwie erwische kommt dann wieder raus das ist jetzt schon wieder gemacht ja perfekt den eistüten gekillt ich habe mich nicht angeschaut eigentlich töten wollte ich werde so ein gegner fixiert oh mein gott oh mein gott ja ich weiß nicht wer jetzt hier wen gekillt hat ich habe keine ahnung ich drück gerade gar nichts da rutscht nur ganz komisch ich springe einfach mal ja das vielleicht direkt erwischen ich glaube ich werde plötzlich eine batterie runter kommt das ist keine batterie du bist gleich hin wieso konnte ich hatte diese feuer dinge ganz ehrlich immer wenn ich den angreifen will kommt ein neues feuer ding habe ich nicht erwischt ist viel zu schnell so war runter weil da halt nicht oh mein gott und jetzt wieder aufgestanden wäre oh mein gott nein ja was er aufpassen ich weiß nicht wo du hin willst aber ich möchte eigentlich das eis ding eigentlich weg machen ich möchte einfach nur leben ja mach was lauf nicht will drum sei lieber auf jeden fall mir nicht im weg du bist die ganze und ich musste einmal nach unten um auszuweichen und dann beschwerst du dich dass ich das musst du definitiv nicht darauf sind genug plattform aber doch auf dem paul oder so habe ich den leider nicht erwischt wieso liegt doch am boden ja danke ja ich denke mir so gut du hast es nicht geschafft da mach ich halt so eine achte batterie ich habe sie erwischt du lebst noch ich lebe nicht mehr aber weiß es sicher kann sich noch mal erwischen ist weiter der grüne punkt oh mein gott so schnell die letzte letzte das war knappe sache ach so ich bin rechts nein luigi nein okay in ordnung fast schon rutscht hier irgendwie nur kannst du dir noch erwischen ja bist du bescheuert dass da würde das doch gar nicht funktioniert was wir machen ach du scheiße das ist viel zu spät ich kann nicht lauf einfach jetzt weg ich drücke gerade es geht nicht mehr okay ich bin unten hier den anderen auch gleich ja ja geht und dann den oberen erwischt ich habe ihn leider noch einmal erwischt egal ich töte mister krebs dann irgendwann anders die art zu hüpfen ist echt jetzt muss man einfach mal so gesagt haben schade ich dachte ich könnte jetzt den eisblock töten ich weiß nicht was ich machen soll mir da kommen direkt zwei ein kleines ding da ist eine mords mega speed schild ja die kommt gleich runter das war das hat irgendwie nicht so ganz ja schön ja ich dachte eigentlich du hättest also ich meine du warst in der guten position aber wir haben es doch irgendwie hingekriegt letzte welle das letzte welle also ich weiß wie das wie das die letzte das letzte aussehen eines levels aussagen das war voll mit eis das heißt solange wir noch nicht alles voll mit eis haben wieso hängt es sehen und zwar von der liebsten kann eigentlich wollte ich den jetzt nicht den ganzen haben eigentlich ich habe ja gerade jetzt ist ja irgendwie kacke weil wir jetzt beide gejammt sind achten nein tut es nicht okay mit ihr letzter gegner oder nicht das scheint der letzte beide liegen nicht dort okay okay ich meine das war jetzt gar nicht mal so schlecht ja okay holen dir du hast es überlebt du hast du es perfekt schaffst ja ich will ja da hoch war und ja es hätte schon noch gereicht so also irgendwie was man das was wir gelesen haben ab stufe 20 kommen keine neuen maps und gegner oder so gelesen ich habe mir ein video angeschaut und ich erinnere mich das letzte bild das letzte bild von hier war komplett voll mit eis ich kenne das was du gepostet hast also ja dann sagen was ich gepostet habe ich weiß es jetzt in der land ist kurz stand ab 20 habe ich wirklich das da habe ich habe ich wirklich 20 geschrieben die frühe und davon sein so könntest du oder ja okay weiß ja jetzt noch nicht ob ich ihn jetzt noch kriege also das ist nicht super mario brosses gilt das ist der vorherige das ist mario brossers also ohne das super sind einfach nur die mario brüder ist nicht super wie sie ihren job machen was recht ein seltsamer job okay der hat da oben ich wusste gar nicht dass das auch macht 16 august 13 55 also ich glaube ab phase 20 oder so kommen keine neuen gegner mehr und die map ändert sich auch nicht mehr 99 ist übrigens das maximum zu können dann war sie vielleicht schaffen wir 20 habe ich geschrieben und so wie du hier aber das haben wir 20 natürlich geschafft hilfe 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 ja schön aber ich habe voll angst vor dem der ich weiß nicht wo du warst ich habe nur auf der gegner gehört aber gut ja dann sind wir eigentlich ich kann mich gerade nicht mehr bewegen siehst du das wenn du mich rammst dann kann ich keine bewegung mehr ausführen könnte es gerne andersrum auch mal ausprobieren ja das ist ja wirklich jetzt nach links das ist dass du nichts machen kannst ja das ist ja ich habe den bledern aus die die kämpfe da ist ja egal die game over wir hatten noch eins ja gut auch gut ich habe pause und vor allem das ist geschafft über 100.000 punkte zu kommen und ich habe die 65.000 gestohlen sozusagen sehr fies dass das kann ich zusammen gewertet wird aber das ist das gar mäßig gesehen das ist doch dein letztes leben ja er hat das dachte mir gerade aus oder kommt gerade muss auf den kopf der gmw gmb auch noch testen oder ganz kurz rein willst ohne dass du zieht ist was ist der unterschied es ist schwerer also sind einfach fünf mehr gegner da oder was keine ahnung kannst du es ist schwerer habe ich jetzt nicht das hast du jetzt gestartet ich habe gar nichts gestartet das video ist also es wird aber soll ich das in den nächsten fahrer oder ist es dann 20 minuten lang spielen also ich würde es bis bis 20 spielen eigentlich das andere ja gut ist ja du machst du ich hüpfe nur durch die gegend okay gut also dann wir werden nicht vergessen tschau 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 tschau